Willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin es wieder, euer Alex und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Heute gibt es wieder 5 Tipps an die Hand, wie ihr bei eBay mehr Umsatz erwirtschaftet, mehr Gewinn erzielt und das Ganze zusammengepackt. In diesem Video bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei. Es ist ein sehr wichtiges Video für alle eBay-Verkäufer. Jeder Händler möchte den höchsten Umsatz erwirtschaften und möchte schlussendlich den meisten Gewinn machen aus diesem Umsatz. Und das geht nicht von selbst. Da muss man aktiv werden, da muss man Dinge beachten und diese auch umsetzen, um hier langfristig effektiv gut verkaufen zu können und gute Gewinne zu erzielen. Und ich möchte hier heute 5 Dinge dir an die Hand geben, wie du als Online-Händler das für dich umsetzen kannst. Diese Tipps kannst du auf alle Marktplätze anwenden. Das bedeutet nicht nur eBay. Ich habe das jetzt hier für eBay so besonders gemacht. Dennoch möchte ich sagen, alle Tipps können auf alle Marktplätze, sowohl Amazon als auch die anderen Marktplätze angewendet werden. Und die funktionieren wirklich. Die werden im Algorithmus berücksichtigt. Und somit werdet ihr schlussendlich langfristig bessere Umsätze erwirtschaften und auch eventuell höhere Gewinne. Und ich möchte direkt mit dem ersten Punkt anfangen, bevor wir loslegen, falls dich solche Themen interessieren. Du weißt, was jetzt kommt. Abonnier diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du dann kein weiteres Video. Und falls dir dieser Content gefällt, dann gib dem Video gerne schon mal einen Daumen hoch. Das motiviert uns hier gemeinsam zu wachsen und uns gegenseitig zu unterstützen. So, kommen wir zum Punkt Nummer 1. Und das ist die Werbung. Heute kannst du, so gesagt, nichts mehr ohne Werbung tun. Werbung ist essentiell wichtig und muss angewendet werden auf allen Marktplätzen. Es sei denn, du hast ein Produkt, was sich von selbst verkauft. Aber das ist so selten und das sind auch nur Perioden, wo es dann schlussendlich auch irgendwann soweit ist, dass dich die Konkurrenz einholt. Und dementsprechend ist Werbung immer sehr wichtig. Dazu speziell auf Ebay kannst du Ebay-Anzeigen nutzen. Ich habe dazu ein sehr neues Video gemacht. Das letzte Video schaust dir gerne an, oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung. Allgemein alle Dinge, die ich hier anspreche, findest du unten in der Videobeschreibung oder oben in der Infobox. Da kriegst du Hilfen. Da gibt es schon fertige Videos, wie du gewisse Dinge umsetzen kannst. Als nächstes, zur Werbung gehören natürlich auch Preisvorschläge. Bei Ebay ist es so, dass Artikel in die Beobachtungsliste gesetzt werden können. Und dementsprechend haben sich das die Kunden beobachtet oder beobachten es, haben sich das gemerkt. Und du siehst es als Verkäufer in deinem Dashboard. Ich blende das hier ein. Du siehst es. Du kannst hier Preisvorschläge an bestehende Kunden, die einen Artikel beobachten, senden. Und dann schlussendlich Verkäufe generieren. Dann bekommt der Kunde eine Nachricht und kann so direkt diesen Preis annehmen oder nicht. Des Weiteren haben wir Gutscheinaktionen, die wir bei Ebay anwenden können. Diese könntest du auch anwenden. Dazu gibt es auch bereits Videos. Schaust dir gerne an und setze diesen Punkt um. So wirst du langfristig gute Gewinne erwirtschaften. Nächster Punkt, Nummer 2. SEO. SEO bedeutet, dass man im Grunde genommen was an seinen Angeboten speziell feinarbeiten macht. Wie zum Beispiel den Titel, die Keywords, dann die Beschreibung, Artikelmerkmale. Ganz wichtig bei Ebay, Artikelmerkmale. So viel wie möglich Artikelmerkmale einfügen, sodass der Kunde über den Filter deine Produkte oder dein Produkt findet. Und hier schlussendlich kauft. Aber auch Bilder nicht vergessen. Bilder, besonders gute Qualität der Bilder ist sehr wichtig. Am besten immer mit weißem Hintergrund. Das möchte Ebay so. Und nicht nur ein Foto, sondern mindestens drei Fotos pro Angebot. Das kann ein Artikel aus verschiedenen Positionen darstellen. Dazu habe ich auch bereits ein Video gemacht. Schau es dir gerne an. Das sind die Punkte im Bereich SEO, die wirklich wichtig sind. Setze diese um und du wirst merken, dass du mehr erwirtschaften kannst. Nummer 3. Preiskorrekturen zur Konkurrenz durchführen. Das bedeutet, wenn du einen Preis für dein Produkt hast, was du kalkuliert hast, dann hast du bestimmt einen gewissen Puffer mit einkalkuliert. Denn die Konkurrenz schläft nicht. Das weiß jeder. Und schlussendlich, wenn du Handelsware handelst, wirst du schnell merken, dass andere Händler die gleichen Produkte besitzen und verkaufen und preislich vielleicht günstiger als du sind. Dementsprechend kann es schnell passieren, dass die weiter oben landen und du unten dann im Grunde genommen dein Produkt nicht mehr verkaufen kannst. Hier empfehle ich dir in regelmäßigen Abständen die Preiskorrekturen durchzuführen. Und wenn es auch nur 10 Cent oder einen Euro günstiger ist als die Konkurrenz, wirst du schlussendlich besser verkaufen. Behalt das Ganze im Überblick, um so hier bessere Verkäufe zu tätigen. Punkt Nummer 4. Und das ist der Wachstum. Wachstum auf Ebay, aber auch anderen Plattformen ist sehr, sehr wichtig. Warum? Wenn du schlussendlich nur zwei Artikel oder drei Artikel hast, dann könntest du die auch gut verkaufen. Aber der Algorithmus berücksichtigt die Aktivität, den Wachstum. Und zum Wachstum gehört natürlich auch immer neue Produkte zu inserieren, sein Sortiment zu erweitern. Das ist wichtig, weil hier können auch zum Beispiel Kunden über ein anderes Produkt auf das andere Produkt gelangen, wonach sie vielleicht gar nicht gesucht haben. Und schlussendlich kaufen sie das dann auch. Das ist sehr wichtig und wird hier, wie gesagt, im Algorithmus sehr berücksichtigt. Deshalb, falls du dein Sortiment immer erweiterst, mach das kontinuierlich und in regelmäßigen Abständen. Vielleicht kannst du aber auch Wachstum generieren dadurch, wenn du merkst, ein Produkt geht gar nicht. Dann nimmst du es raus, löscht es und setzt es einfach neu wieder ein. Es könnte eine bessere Position bekommen, als es die vorher hatte. Und kommen wir schlussendlich zum Punkt Nummer 5. Das sind die Nachrichten, die Kommunikation, die Interaktion mit Kunden. Das bedeutet, Nachrichten innerhalb von 24 Stunden, am besten noch schneller beantworten. Das wird sehr, sehr geschätzt auf den Marktplätzen. Des Weiteren haben wir hier Anfragen zu Streitfällen, zu Rückgaben und vieles weitere. Da solltest du richtig schnell reagieren und Retouren schnell bearbeiten. Auch das sind alles Indizien, um hier zu zeigen, dieser Verkäufer ist aktiv. Er bietet einen erstklassigen Kundenservice. Apropos Kundenservice, auch hier bei Ebay insbesondere der Service-Status, den solltest du auch immer im Blick behalten. Mindestens überdurchschnittlich solltest du sein, um hier bei Ebay immer einen guten Status gewährleisten zu können. Das sind die 5 Tipps, die ich dir an die Hand geben möchte, um hier effektiv und langfristig auf allen Marktplätzen besser zu verkaufen. In dem Falle speziell für Ebay. Schau es dir gerne an. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung findest du Einzelheiten noch zu anderen Videos, spezielle Bereiche, die du dann im Grunde genommen Schritt für Schritt abarbeiten kannst, um hier effektiver auf den Marktplätzen zu verkaufen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und bis zum nächsten Video viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen. Ciao.